für die Fraktion der FDP. Geschätzter Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren, Kollege Hackverdi, wenn ich das richtig verstanden habe, all diese blumigen Erläuterungen jetzt bei dem Tagesordnungspunkt Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank, kann ich das dann so verstehen, dass die SPD davon ausgeht, dass wenn all die guten Dinge kommen, dass wir dann keine Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank mehr brauchen? Oder gehen auch Sie davon aus, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat? Denn wenn das der Fall ist, und darum geht es, dann müssen wir erkennen, dass eine unabhängige Zentralbank, und das müssen wir an der Stelle wirklich genau erkennen, scheint mir bei den Grünen, eine unabhängige Zentralbank diesen Weg geht, aus Gründen, die wir verstehen wollen. Dem Kollegen Hahn kann ich da nur Recht geben. Unabhängigkeit bedeutet ja, im Rahmen dessen, was dir zusteht, kannst du entscheiden. Und da will ich auch noch mal den Hinweis darauf geben, um eine Parallelität zu nehmen bei Richtern, die sind unabhängig. Übrigens, kleine Anmerkung, die Unabhängigkeit der Richter beim Bundesverfassungsgericht hat gerade bei vielen in der Debatte überhaupt keine Rolle gespielt, ob sie doch wohl sie doch genauso viel mit der Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank zu tun haben. Aber bei einem Richter würden wir doch auch sagen, wenn du Zivilrichter bist, kannst du kein Urteil schreiben. Ich weiß, es ist weit, aber indem du eine strafrechtliche Verurteilung aussprichst. Und deswegen ist es auch notwendig in einem Rechtsstaat, in dem Gewaltenteilung gilt, und das gilt auch für Europa, dass man sich gegenseitig kontrolliert, wo die Grenzen sind. Wie aber können wir einander kontrollieren in der gewandelten Teilung? Wie können wir als Parlament eine Regierung, die ausnahmsweise in der Kernzeit mal ein Minister hier sitzen hat, kontrollieren? Wie können wir Entscheidungen kontrollieren, die das Parlament gesetzt macht? Es ist immer einer da, der diese Gedanken und Entscheidungen nachvollziehen kann, um dann auch in einem guten Maße Kritik zu üben. Und hier will ich ganz deutlich etwas klarmachen, was mir zu wenig klargemacht worden ist in den letzten Tagen. Wir haben bei der Frage, was die EZB entschieden hat, glaube ich, in diesem Hause in weiten Teilen das Gefühl, sie wird das schon vernünftig sich durchdacht haben. Aber eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, die für viele außerhalb Deutschlands und für viele, Herr Vorsitzender, das kann ich sagen, auch außerhalb des Jurastudiums ein Buch mit sieben Siegeln ist und für manche im Jurastudium noch ein Buch mit sieben Siegeln ist, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung ist der Inbegriff der Darstellung, der Abwägung der unterschiedlichen Interessen. Und Frau Paus, das sind mehr als die zwei, die Sie genannt haben, die eine Verhältnismäßigkeitsprüfung müssen. Und diese Darstellung, das will ich ausdrücklich sagen, diese Darstellung, die wollen wir als Parlament und ich hoffe, Herr Minister, dass auch Sie als Finanzminister diese Entscheidung im Detail nachvollziehen können wollen, damit wir dann entsprechend reagieren können. Denn was ist der Sinn einer dargestellten Entscheidung? Der Sinn einer Abwägung, eine Rechtsfriedensfunktion, das gilt für ein Urteil genauso wie für die Gesetze, genauso wie für die Entscheidungen von Zentralbanken und Regierungen. Nämlich zu erkennen, da haben sich kluge Frauen und Männer Gedanken gemacht, die dafür sorgen, dass unser Staat, unser Land, aber eben auch unser wunderbarer Kontinent Europa funktioniert. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort der fraktionslose Abgeordnete.